Musik Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich eine Umfrage und zwar was für ein Content auf meinem Kanal kommen soll und fangen wir einfach mal an. Dieses Video bezieht sich nur auf die Playstation Spiele und ja. Das erste Spiel was ich gerne vorstellen möchte wäre Battlefront, Star Wars Battlefront. Ihr sollt euch am besten auch die Zahl des Spiels merken. Und ihr könnt auch gerne mehrere Zahlen sozusagen in die Kommentare schreiben. Das nächste Spiel wäre World of Tanks. Das ist ein Panzerspiel aus dem zweiten Weltkrieg. Und dieses Spiel spiele ich eigentlich auch sehr gerne. Ich finde das ist auch eigentlich bei euch relativ gut angekommen. Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Es gibt verschiedene Panzer, Online-Spiel. Müsst ihr einfach mal auf meinen Kanal nachgucken. Und zwar ich frage, wessen Gameplay das im Hintergrund ist. Das ist von mir aufgenommen worden. Wenn ihr das fragen solltet und ja, machen wir einfach mal weiter mit der Nummer 3. Das dritte Spiel wäre Ark Survival Revolved. Das handelt über Dinosaurier. Also man ist einfach sozusagen in der Steinzeit, wo es irgendwie Dinosaurier gibt. Man kann dann sozusagen in die Zeit vorwärts reisen, schaltet dann noch neue Items frei. Und das wäre dann auch das dritte. Das vierte und damit auch letztes Spiel wäre GTA 5, wovon auch das Gameplay handelt. Diesen Spiel kann man halt alles machen, wer es nicht kennt. Kann einfach Missionen machen, kann rumfahren, kann halt einfach Scheiße bauen. Das ist auch ein Online-Spiel und ja, das war auch das vierte. So, also jetzt am besten die Zahl einfach in die Kommentare schreiben, wofür ihr gestimmt habt. 1, 2, 3 oder 4. Dann war es das auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!